Kurz nachdem Papa Ralf Schumacher, 49, seine Liebe zu einem anderen Mann an die Öffentlichkeit gebracht hat, meldete sich jetzt auch sein Sohn David, 22, zu Wort. Das Schönste im Leben ist, wenn man den richten Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann, schrieb der jüngere Bruder von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, 55, am Sonntag auf seinem Instagram-Kanal. Dazu veröffentlichte er einen Schnappschuss, der ihn Arm in Arm mit einem anderen Mann zeigt. Die beiden posieren auf einem Sportboot und blicken gemeinsam in den Sonnenuntergang am Horizont. Inzwischen hat sich auch sein einziges Kind zu dem Liebes-Outing geäußert. Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst, ließ David unter dem mutigen Beitrag verlauten. Der 22-Jährige stammt aus Ralfs Ehe mit Dschungelcamp-Kandidatin Cora Schumacher, 47. Das Paar war insgesamt 14 Jahre miteinander verheiratet. Vor neun Jahren ließen sie sich jedoch scheiden, öffentliche Schlammschlacht inklusive. Für das neue Liebesglück seines berühmten Papas hat der Nachwuchspilot derweil nur positive Worte übrig. Weiter erklärte David, egal, ob Mann oder Frau, ich stehe zu 100% hinter dir, Papa, und wünsche euch alles Gute. Natürlich reagierte nicht nur sein Sohn auf den mutigen Schritt an die Öffentlichkeit. Auch diverse Promis freuen sich darüber, dass Ralfs Versteckspiel nun ein Ende hat. So schrieb etwa Carmen Geis, nach zwei Jahren könnt ihr endlich eure Liebe der Welt zeigen. Auch der Ehemann der 59-jährigen Kult-Blondine äußerte sich. Ralf kenne ich seit über 25 Jahren, und jetzt endlich hat er seine Liebe des Lebens gefunden. Ich freue mich für beide, auch Etienne, ist ein mega geiler Typ, betonte Robert Geis, 60. Dazu teilte der TV-bekannte Multimillionär, die Geissens, einen Schnappschuss auf seinem offiziellen Instagram-Account, der ihn während einer Party in der Villa Geissini in St. Tropez zwischen den beiden Männern zeigt. Grazie. Untertitelung des ZDF, 2020